Musik Unsere Zeit ist jetzt. Und genau so ist es, denn nach vier Jahren findet endlich wieder eine 72-Stunden-Aktion statt. Der niedersächsischen Landjugend sei Dank. Mit einer Wahnsinnsbeteiligung, 128 Landjugendgruppen mit über 5000 Jugendlichen werden 72 Stunden lang Tag und Nacht planen, organisieren, bauen, werkeln, basteln, in jedem Fall die Menschen begeistern. Denn das, was am Ende steht, davon profitieren wir alle. Im Bereich Kultur, Bildung, Naturschutz. Es gibt ja die unterschiedlichsten Aktionen. Einige werde ich mir selbst ansehen dürfen. Darauf freue ich mich, denn es ist so ein Signal von Hoffnung, von gemeinsamer Verantwortung, von einfach das Gute im Menschen nach außen bringen. Und diejenigen, die später die Einrichtungen, die Projekte, die Initiativen nutzen dürfen, werden darüber hinaus zum Teil jahrelang Freude haben. In diesem Sinne, eure Zeit ist jetzt. Aber ihr werdet weit darüber hinaus wirken. Viel Erfolg und Freude. 20.000 Hände bewegen mir das Land. Auf uns habt nur Familie. Das ist mehr als du und ich. Wir sind ein Teil von großen Ganzen. Das ist unvergänglich. Unvergänglich. Unvergänglich.